Bei den Narben. Ich merke es, wenn ich jetzt mehrere Tage keinen BH anhatte, dass sie oder abends manchmal so ein bisschen erhaben sind. Ja, da haben wir ganz toll diese Silikonpflaster. Das haben wir Ihnen verschrieben. Und Sie müssen wissen, wenn man das längere Zeit nicht benutzt, manchmal einfach nur einen Tag lang nicht, dann werden die wieder ein bisschen wulstiger. Und solange die so reagieren, muss man die wirklich zwölf Stunden lang, ich sage immer tagsüber, mit dem Bügel-BH am besten, auf die Haut auch kleben. Kommt zu uns, weil wir haben diese Spezialpflaster. Bei Silikonpflastern gibt es große Unterschiede. Ich lege da Wert auf eine gewisse Dicke und ein gewisses Material. Man kann das wiederverwenden. Aber Sie müssen es wirklich jeden Tag tragen. Und wenn Sie wollen, sogar auch nachts. Ja, aber mal ein paar Stunden Luft dran lassen. Und Narben lassen unterschiedlich schnell ab. Ja, bei manchen Menschen nach einem Vierteljahr, bei anderen nach einem Jahr. Also ich untersuche sie gleich, aber tragen Sie es ruhig mal noch ein halbes Jahr lang, bis ein Jahr um es. Und irgendwann werden die blass und reagieren nicht mehr. Und dann können Sie es weglassen. Und Ihr Körper gibt es vor. Das liegt am Bindegewebe. Ja, okay. Und jetzt im Sommer auch noch aufpassen mit Sonnenschutz. Und jetzt im Sommer auch noch aufpassen mit Sonnenschutz.